Das Böse begrüßt euch recht herzlich zurück hier bei Dark Souls. Wir befinden uns hier in der Stadt Ulassil und haben im letzten Part ein Wunder vollbracht. Wir haben nämlich Ritter Artorias besiegt und das im dritten Versuch. Ich bin doch ein bisschen erstaunt, dass das so doch relativ gut geklappt hat, weil er ein sehr, sehr starker Widersacher war, wie ich finde. Ähm, und ja, jetzt weiß ich gerade nicht recht weiter, aber ich versuche es mal hier. Ja, hat geklappt. Wo kommst du angelaufen? Nee. Hier oben? Irgendwer? Boah, diese Geräuschkulissen sind echt so dermaßen ekelhaft. Was ist denn hier oben? Ist denn zur Ruhe? Nein, du bist kein Mimik, oder was? Ich glaube, es ist ja wohl selber nicht. Atmest du? Da geht es noch weiter nach oben. Die atmet, oder? Natürlich atmet die. Und tschüss. Na, Mimik, was hast du mir denn hier so schönes? Sehr gut, Maske. Diese Maske muss ich mir auch nochmal durchlesen. Ich habe nämlich im letzten Part auch eine Verzeihungmaske oder so erhalten. Keine Ahnung, wozu die gut ist, aber ja, ich habe sie bekommen und das ist schön. Ich bin auch sehr erstaunt, ehrlich gesagt, dass das hier alles so weitläufig ist. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass dieses DLC-Gebiet tatsächlich so einen Umfang hat. Also bis jetzt habe ich ja, wie gesagt, zwei Bosse schon gesehen und auch niedergestreckt. Ach, guck mal an, war ich hier nicht schon? Ne, da unten lebt noch einer, oder? What the f- Warten. Ich habe Angst, dass ich an ihm vorbeispringe, wenn ich hier jetzt ein Dings mache. Ein Sturzangriff. Ich könnte es natürlich versuchen, aber... Wozu? Ich gehe jetzt hier sowieso in seine Richtung. Hi! What the f- Wurdest du mir eine Ohrfeige verpassen, oder was? Geh weg! So. Was gibt es hier noch? Ist auf jeden Fall alles sehr, sehr weitläufig. Hier gibt es jetzt nichts weiter. Es hätte ja sein können, dass da noch irgendwo eine Leiche wieder so toll platziert ist. Also meine Orientierung habe ich bis jetzt hier noch nicht gefunden, aber ich glaube, das kann man mir auch nicht verübeln, oder? Und wenn doch, ja, dann macht ihr es halt. Dann macht ihr das halt so. Da kann ich auch nichts für. Geh mir vor rein. Ne. Dieses mit dem Licht, da irritiert mich immer noch. Also ich habe keine Ahnung, was mir das sagen sollte. Ich habe hier kein Licht. Ich habe kein Feuerzeug in der Tasche. Ne. Ist ein bisschen schlecht. Wartet mal. Bringt mir das hier... Was? Ja, da war ich ja schon. Achso, da bin ich praktisch runtergesprungen. Alles klar. Dann weiß ich so ungefähr, dass ich da schon mal war. Das ist ja schon mal viel wert, oder? Da war ich ja auch schon. Also geht es jetzt hier mal wieder nach unten. Genau. Wir gehen jetzt hier wieder zurück. Und da unten möchte ich auch noch weiter gucken. Und ich möchte auf jeden Fall auch irgendwo einen Schlüssel finden. Denn dieser komische Turm da, bei Artorias, der interessiert mich halt auch noch sehr. Wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Wo bin ich? Wo muss ich hin? Warte mal, von hier kam ich. Okay. Gehen wir hier wieder lang. Müps, müps. Hallo, hallo. Möha. Was bringt mir das? Nichts? Hm, ne. Da auch nicht. Keine Leiche oder irgendwas zum Plünderen? Ne, sieht nicht so aus. Den Entwicklern habe ich ja hier alles zugetraut. Insofern. Hm. Ja, dann gehen wir hier jetzt lang. Ach da, an der Seite steht auch noch einer. Na, Stuttel. Buddel. Achso, dann ist er weg, wenn ich ihn vernünftig treffe. Da habe ich dich nicht 100% getroffen. Ist aber schade. Hier ist nichts weiter. Okay, dann auch aufpassen, dass ich da jetzt nicht zu weit gehe. Und ich habe bloß drei Flakons noch. Alter Schwede, du spinnst ja wohl eine Runde oder was? Voll in meine Fresse. Ich glaube das ja nicht. Stirb, du Arsch. Was ist denn da hinten los? Was ist das? Ach, leuchten die so? Da hinten ist noch was zum Plündern. Ah, ich dachte schon, hier kommt. Die leuchten so. Na, wie geil ist das denn? Das ist ja cool. Das gefällt mir, muss ich sagen. Das ist echt cool, irgendwie. Wie sieht das auch so extrem aus? Hat wohl alles so ein bisschen mit diesem scheiß Abgrund zu tun, ne? Das ist ja wohl ein Gegner, den ich gerade nicht sehe. Da hinten ist auf jeden Fall was zum Plündern, aber das kriege ich bestimmt nicht einfach so. Da hinten ist noch ein Typ. Da ist er. Ich wusste doch, dass ich das nie im Leben so einfach kriege. Sind das die gleichen? Kommt hier irgendwas von oben runter oder so? Das kann auch noch sein. Wir erinnern uns da ganz liebevoll an die Untiefen. Abfall, du toll. Hey, na, Kumpel? Kann man dich auch backstabben? 370? Wieso? Da kann ich lang. Okay. Kann ich hier noch irgendwo lang? Ich könnte hier runterfallen. Ist aber wahrscheinlich nicht ganz so klug. Ist noch irgendeine Möglichkeit. Kann ich hier irgendwo durch oder so? Hier vielleicht. Ne. Okay, dann nicht. Was machen die da erst? Da haben wir... Kommt hier? Ne, ich dachte schon. Da unten ist bestimmt auch noch einiges los. Na, hier vorne stehen noch welche rum. Ach, einer davon ist wieder dieser andere Arsch. Oh mein Gott, wie viele von denen sind denn das bitte, äh... Verarschen. Gucken kriegt man hier, wie angelockt. Hallo? Hier hat sie liebend gerne einen Sturzangriff gemacht. Aber das geht ja leider nicht. Naja. Oh je, meine, ich seh mich sterben. Kommst du hier hoch? Ich hatte die Hoffnung, dass der Kleine hier unten nochmal hochkommt. Ah, dass die so leuchten, finde ich ja echt irgendwie geil. Aber dieses Gelache ist so creepy. Ja, was soll ich machen, ey? Da oben ist noch wieder was zum... ...zum plündern. Da steht auch noch so ein Magiersack. Ja, was soll's, ne? Dann abgeht die Luzi-Witzsch-Masache. Sehr mächtig, die Magie, glaube ich. Oh Gott, jetzt kam der von hinten auch noch. Ich glaube, ich sollte mir ja auf jeden Fall auch noch wieder, ähm... ...meine Flakons auf... ...zehn... ...hoch pushen. Das heißt also, äh, Leuchtfeuer entfachen. Stadt oder Ziel. Ja, ihr seht's. Ja, machen wir. Also, zweimal Menschlichkeit, bitte. Und dann, äh, geht's ab. Menschlichkeit. Achso, dann können wir aber hier gleich mal... ...Verzeihung, Maske. Ein von Gav in Gefangenschaft aus einem Ohrbaum geschnitzten Masken. Jede Schnitzerei legte Gav... ...oder Go. Ich sag mal Go. ...eine Emotion, was ihm dabei half, seine persönliche Erleuchtung zu erlangen. Wenn die Maske in ihrer Ruhe gestört wird, spricht sie und drückt die Emotion, die in ihr liegt, aus. Diese Maske sagt Verzeihung. Erkennst du die Reue in ihren Augen? Sehr gut. Zufriedenheit. Okay, also es ist Go. Wer auch immer Go ist. Ich wollte, ähm... ...Menschlichkeit. Hab ich auch nicht mehr so viel. Müsste ich vielleicht auch mal gucken, dass ich das... Ja, bis wo kriege ich Menschlichkeit her? Ich hätte es kaufen können für... Was waren das? Zehntausend, glaub ich, pro Dings. ...Aushöhlung umkehren. Ähm... ...und bitte entfachen. Aber sofort. Vielen Dank. Genau. Optimal. Ja, dann gehe ich hier jetzt wieder weiter und gucke erst mal mich hier wieder um. Moment, kommt man hier auch noch lang? Na, hätte sein können, dass da noch irgendwas ist oder so. Jetzt laufe ich wieder als Mensch rum. Ist eigentlich nicht so das, was ich jetzt wollte, aber okay. Ey! Die sollte man echt nicht unterschätzen. Diese Zauberei hier ist auch nicht gerade... Gut, große Scherbe. Menschlichkeit hätte ich geiler gefunden, aber danke. Trotzdem. Gottes Willen, all die Geräuschkulisse von den Viechern ist so creepy. Ey, Jungs! Kommt jemand bitte hier rüber? Gut. Gut, 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 gut. Dich habe ich perfekt getroffen und... ...dich leider nicht, aber dafür kriegst du noch einen zweiten Schlag. Inklusive in die Fresse. Kein Problem. Diese Schreie, ne? Das ist auch echt... ...dezent, äh... ...ja, erschreckend alles. Ich hoffe, dass meine Waffe jetzt nicht irgendwie demnächst mal in Gefahr ist. Was stand hier? Lügner, jaja. Das muss ich irgendwie auch noch hinkriegen, dass ich das hier wieder... ...aktiviert kriege. Und ich möchte den Schlüssel finden, verdammt. Ja, fuck. Zu früh. Deckung aufgemacht. Fuck it. Egal. Wir machen auch schon relativ gut Schaden für normalen Gegner. Viel Erfolg. Ja, dankeschön. Genau, hier hinten wollte ich runter. Wir haben einfach so ein Zauberervieh, ne? Jo, da ist er. Alter Schwede, ey. Hau mir meine ganze... ...ah, wirklich meine ganze Kondition nach unten. Oha, ich hab schon wieder eine Menschlichkeit jetzt bekommen. Und die kann man auch backstabben, mein Glück. Das beschränkt sich also jetzt nicht nur auf die anderen Typen hier. Da war ich ja schon. Da war ich schon. Das ist ein normaler, ne? Na? Möchtest du jetzt herkommen? Ja. Auch kein Problem. Von mir aus gerne. Und backstab. Wumms. Tschüssi. Was? Wieso das denn? Habe ich was verpasst? Why the fuck? Was soll denn das? Verreckt. Chester? What the fuck? Das ist doch der... Mit dem wir da gesprochen hatten vor Artorias, oder? Ciao, Bella. Böse Geist. Prächtiger Chester. Warum zur Hölle? Und sonst? Du hinterlässt mir nix? Arsch. Keine Menschlichkeit, kein gar nichts. Warum? Ich hab mir doch gar nichts getan. Ich hab ihn noch nicht mal angegriffen. Es wird mich natürlich interessieren, ob der jetzt noch da ist. Also, dieser Chester an sich hieß der Chester. Auf jeden Fall sah er so aus wie der andere Typ da. So, wo geht's lang? Hier geht's runter, genau. Und dann muss ich da über den Dings. Alles klar. Hier ist nix. Und da auch nicht. Okay. Müssen wir mal aufpassen, weil da stehen immer gerne irgendwelche Viecher rum. Ah, ja, 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 ja. Na, komm her. Du kommst eher angerannt, obwohl du weiter hinten bist? Wie lustig. Oh, Gott. Auf so nem engen... Er ist mir voll in die Hellebarde geöffnet. Das ist doch umso besser. Na, du Arsch. Fass mich nicht an. Du wolltest mich antatschen. Ich hab's genau gesehen. Ist nicht, ey. Ist nicht. Aber sowas von... Nö. Klappst du gar nicht. Ey, das sieht so geil aus. Wenn das da so rot leuchtet. Ciao. Ah, das mit dem Geister verstehe ich immer noch nicht. Aufgeblähter Kopf. Ey, bitte was? Ist bestimmt ein Helm, oder? Und? Halt, war das hier gerade schon? Ne. Ohne der Dämmerung. Bla, 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 bla. Ist alles was anderes? Nein. Ich suche was anderes. Aufgeblähter Kopf, bitte. Was? Oder ist das ein Item? Aber ich hätte jetzt gedacht, das ist ein Helm. Ja, tatsächlich ist ein Helm. Der Kopf eines Bewohners von Oolacile, dessen Menschlichkeit verrückt spielte, als ihn die Finsternis von Manus, dem Vater des Abgrunds, umfing. Der aufgeblähte Kopf ist rissig und zwischen den Rissen befinden sich unzählige kleine rote Augäpfel. Mit seinem harten Schädel und dem matschig-weichen Inneren würde ihn niemand bei gesundem Verstand aufsetzen. Manus, Vater des Abgrunds. Okay. Wer auch immer das ist. Scheint ja nicht ganz so nett zu sein, der Typ, ne? Ach ja, stimmt. Hier stand einer an der Ecke. Richtig. Da war ja was. Ey, Kumpel. Wie jetzt du weißt aus. Ich wollte dir einen Backstab verpassen, du Arsch. So, wo ging's jetzt lang? Hier runter, Ofo, ne? Genau. Und da bin ich ja dann gnadenlos verreckt. Ja, genau, da vorne. Aber erst mal dich hier kaputt machen, bevor du dann irgendwie meinst, du musst mich dann von hinten rückst angreifen, du Arsch. Gibt's nicht. Ja, was soll's. Auf in den Kampf. Bist ja drauf geschissen, ne? Alter, hallo. Bye, bye. Machen wir mal schnell so. Wupp. Genau. Scheiße. Macht gut Schaden, diese Scheiß-Magie. Richte mich hier hinter? Nein, Gott sei Dank nicht. Standardpfeil. Okay. Trifft mich nicht, Gott sei Dank. Scheiße. Vielleicht hier? Scheiße. Scheiße. Hier geht's nicht so gut. Okay, komm her. Okay. Komm, mach die nächste Kugel. Dann kann ich mich hier in der Zwischenzeit hier rüber laufen. Mich hier verstecken. Trifft mich das hier? Probier's jetzt mal. Nö. Gucken, ob das klappt. Ich glaub's irgendwie nicht. Okay. 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 still. Nochmal. Yes. Komm her. Komm her. Komm, 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 komm. Komm Stückchen hier rüber. Und ne healthуют. What the fuck? Spinnst du? Bisschen oder so? Okay. Jetzt mal gucken, ob wir vielleicht den Typen da auch angeschossen kriegen. Oder halt wenigstens erstmal die anderen da weg. Scheiße, Invasion ist nicht gut. Ich heile mich einmal schnell. Wer weiß, wo der jetzt gerade ist? Ich weiß es nämlich nicht. Ja, ich glaube, hier ist ein ausgesprochen beschissener Ort für so Kämpfe und so. Er rennt da hinten immer noch rum, oder? Ja, mal gucken, ob der hier irgendwann reingerannt kommt. Ich habe ja keine Ahnung, wo der jetzt ist. Ich habe echt Schiss. Das ist das Dove, wenn man menschlich ist, ne? Das ist echt das Problem. Ich verstecke mich halt hier ein bisschen in der Ecke, damit der Typ mich hier nicht kriegt. Ich sehe halt aber auch niemanden. Das ist eigentlich mit diesen komischen Gesten. Die kann man eigentlich auch in diesen Kämpfen benutzen, ne? Aber es bringt ja nichts, wenn er mich eh umbringen will. Immer dann, wenn man so ein bisschen weiter ist, hat man hier so ein bisschen die Arschkarte, ne? Mal gucken, wie lange der jetzt braucht, um mich zu finden. Ich würde nämlich eigentlich liebend gerne weitermachen. Na? Kommt jetzt hier mal irgendwer? Und wenn nicht, dann ist das auch okay. Aber dann geh bitte auch wieder. Fände ich super. Ich kann ja derweil mal meine, äh, Gesten mal angucken. Verbeugung. Ah. Ist jetzt quasi die Erste dann. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Also wenn ich jetzt so mache, ist das die Erste, die da auftaucht, oder was? Okay, aber er ist... Er ist mir das grundsätzlich schon mal da. Ich habe ihn gesehen. Ich glaube, das ist ein Magier. Hat er mich hier hinterher nicht gesehen? Ich fände es ja lustig, wenn der jetzt sterben würde durch die Hand eines Gegners. Weiß nicht, ob er mich hier sehen kann. Ich habe ihn auf jeden Fall da langlaufen sehen. Da ist er. Oder? Hallo. Er rennt wieder hoch. Er ist erst an mir vorbeigelaufen. Ich weiß, das ist ein bisschen feige, aber ich möchte ja eigentlich weitermachen und nicht irgendwie ständig mit Invaden und bla. Dann soll er sich wieder verziehen, der Sack. Ich denke mal, der ist ziemlich stark. Da ist er. Ich glaube, jetzt hat er mich entdeckt, oder? Hast du mich entdeckt? Ja, hat er. Na, komm mal her. Was ist er für einer? Warte mal kurz. So. Er hat sich also verbeugt. Mal gucken, wie es wird. Ich, äh, ja, bin gespannt. Also er macht auf jeden Fall Blutungsschaben mit seinem Schwert. Was auch immer das Feinds ist. Hat auch Ausdauerregeneration, wie ich sehe. Hm, na, das wird lustig, glaube ich, mit dem. Greif an. Doch, ich habe ihn getroffen. Habe ich nicht gedacht. Dann kannst du ruhig versuchen, mir das Schild, äh, den Schild so, äh, wegzutreten. Gar kein Problem. Na? Komm schon her. Komm, 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 komm. Er würde jetzt bestimmt kontern, wenn ich ihn angreife. Denke ich mir mal so. Ich weiß jetzt auch spontan nicht, wie viel er schon, äh, Also wie viel, oh Gott. Da ist Blitzschaden drin, ne? Nicht gut. Aber heilen ist in solchen Sachen jetzt auch nicht gut. Wupp. Er hat den Graswappenschild, glaube ich, ausgerüstet, wenn ich es richtig sehe. Oh, oh. Das war gerade alles andere. Was hat er denn für ein, für ein Schwert, bitte? Er hat mich auch gleich, denke ich mal. Ich bin aber nicht durch ihn gestorben, sondern durch den anderen da hinten. Aber okay. Ist in Ordnung, ist gar kein Problem für mich. Ähm. War an sich ein schöner Kampf. War ein fairer Kampf. Ich hab ihn halt verloren. Aber, äh, hatte nicht unbedingt nur was mit ihm zu tun. Auch, aber nicht nur. Weil ich eben durch den Gegner gestorben bin, weil ich das leider zu spät habe gesehen und so. Und ausweichen und klar. Ja, aber ich mach jetzt hier an dieser Stelle erstmal Feierabend. Und, äh, würd mal sagen, wir sehen uns dann hier hoffentlich im nächsten Part von Dark Souls. Und bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.